Oh Gott, da krieg ich irgendwie alle gekillt. Problem ist so. Schade, dass ich nicht runtergefallen ist. Betäubung entfernt. Betäubung entfernt. Alter, ich hab so wenig FPS, ne? Okay, die ist K.O., aber dann schon mal. Schöne Aktion, der startet. 77%. Komm. Fall in den Tod. Komm schon, komm schon. Sehr schön, so will ich das sehen. Jetzt ist noch Big Guy hier ein Problem. Ähm, hallo? Ja, wer hat allen Heldenkarten auf deiner Hand kostenlos und zieht eine Karte erschöpft? Probieren wir es mal aus. Keine Ahnung, was das heißt. Kostet keine Aktion. Achso. Na dann, äh... Wo geht ihr euch beiden mal? Ja, da wird den Hund getötet. Da hat er der arme Hund. What a dog, du Win. Kann ich in den Wunder reinhauen, dann ist er tot, oder? Ja. Verdammtes Monster. Wunder, deine Zeit. Das vierte Segel. Ah ne, eins fehlt noch. Wir brauchen noch eine andere Segel, um das zu Ende zu Ende zu machen. Das vierte Segel. No magic. Du und ich. Wie es von Anfang an bestimmt war. Ja, die sind jetzt alle befallen. Ich sehe es schon kommen. Alle. Okay. Okay. Wie folgt ist das? Okay. Gehen wir mal die Karte hier. Okay, ich weiß, dass es keinen Sinn macht von, äh, wie heißt die jetzt gerade? Von Magic, die, um die zu aktivieren, weil, die schlichtweg einfach nicht gut genug ist. Ähm. Alter, jetzt hast du hier so viel Leben, ey. Legg mir den Arsch. Ja, toll, die bockt sich nur da rein. Warte auf, ich will die alle auf einen Haufen bringen, mehr oder weniger. So. Hier kommt mal alle schön zusammen. Das wird nicht genug sein. Verdammt. Nein. Kann der Klingstum nicht ausfählen. Okay. Mir kann nichts machen. Muss abwarten. Oh, oh. Ich glaube, die werden nie wieder so gut miteinander umstehen, doch. Na, scheiße. An der ersten Mal, das ist wirklich einfach nur eine Plage, ne? Ja, sofort verstärkt. Of course. Komm, gib mir noch mehr Schild. Enough insolence. Still coming for me. Maybe I should be flattered. Ändert die Kosten aller Heldenkarten und der Hand auf null. It is always business way. Das ist ein Autumn. Autumn. Ein guter Freund, Autumn. So, wo ist denn hier? Lichet da. Pass mal auf, Limbus-Griff, ne? Geh mir aber und zei- Oh, das ist der Vorteil von Magic. Okay, so, jetzt laufe ich da hin und schicke die da durch. So, geh mal zu deiner Freundin. Oh, will ich. Hunter, deine Zeit ist gekommen zu scheinen. Ich hab noch eine Aktion. Fuck. Fertig mal hier bei zwei Aktionen. Dann kill ich lieber, deckt einer. So, eine Töten ist dann doch besser als alle durch die Gegend zu wirbeln. So. Einfach, weil ich es kann. Hier, noch einen Stein vom Kopf werfen. Ein bisschen Schild runterballern. Ähm. So, mach mal eben das für euch noch. Aber das nehm ich gerne. Wer kann's denn nicht elf haben könnte? Okay, jetzt müssen wir eh ne Runde erwarten. Ihr traut euch ja was. Du, Miststück. Aber gut, dass ich schon mal eine weggemacht hab. Das war doch sinnvoller, als die da durch die Gegend zu schubsen. Oha. Ich hol noch einen. Spidey. Äh, ich war grad noch woanders. Warum bin ich jetzt hier? Hä, 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 hä. Wo ich erst war, war schöner. Hä, hä. So, ich donner die jetzt da rein. Und dann kann ich die denn immer noch reinballern, wo die betäubt ist. Oha, wie ich mich alle ankomme. So, nach so einem Angriff Kommt natürlich das wahre Übel Bei dir, schön, dass du hier bist Aber wir haben es geschafft Ich finde es schön, dass beide immer noch hier stehen Lass die Säge abschließen Ja, Spidey, du machst das Schließe sie ab, Spidey What the hell Fear not, broken vessel So, you will be made whole once more For we are Kothla We are endless Never shut up Nothing will harm that book Only K'Than can kill K'Than Energy, Sarge, get out of there Energy, Sarge, get out of there For you, my child I am here Go home Leave And leave No, no, no What? What's happening K'Than changed us both when you cured me centuries ago No, we belong to that book as much as him now We belong to that book as much as him now Whatever happens next Whatever happens next, we shall face it together Mother Holy shit Das war fucking episch Nicht mehr der Ladebalken kommt drauf klar Ähm Sometimes I forget just how beautiful That can be I never do Just wish everyone was here to see it Well, a giant wall of light Did just teleport us back here From the crossroads of creation To our own little pocket dimension Localized here in the sunny suburbs of Massachusetts Barely certain anything's possible at this point Ich hab irgendwie das Gefühl Da wurde irgendwas geskippt Hä Fehlt da was Well, I'm starting to think the ancient ones Never believed we'd actually survive the prophecy I could consult the records of the Vishanti Once the city approves the sanctum's rebuilding permit Lilith and the hunter's barn defied death before Defied K'Than Prophezei oder nicht I know this story is far from over Oh, I have to jump in But I want to know if there is something else coming or not I came to destroy him More lies from his habit You surprised me, beloved one Coming so far It is over already Amateurs Ähm Da bin ich wieder Ich lebe wieder Glückwunsch Du hast die Hauptkampagne von Marvel's Midnight Suns abgeschlossen Hunter wurde an einem Zeitpunkt vor dem Midnight Suns zurück Äh Morph vor dem Midnight Suns zurückversetzt Dadurch kann Vor dem Midnight Sun, so Dadurch kann Hunter weiter Missionen abschließen Helden Level in Freundschaften verbessern Und die Abteilung des Geländers Erkunden Ein neues Set in Allgemeinmissionen mit höheren Leveln In Transia verfügbar Alle zuvor besiegenden gefallenen Feinde Können jeder Regierung bis hier und neu auftauchen Neues Spiel Plus Wir werden mal kurz die neue Ausrüstung sehen Das Super Let's go Hm Okay Ist okay Ist okay Ist okay Ist okay Äh Sonst aber nichts Neues Ne Okay Hilf dem Helden Werden wir Verpissig Okay Dann würde ich sagen Das war Marvel's Midnight Suns Ich habe irgendwie das Gefühl Als würde da irgendwas fehlen Aber ich Ich schaue mal nach Ansonsten würde ich sagen Kuss, kuss, kuss an alle die eingeschaltet haben Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr nächstes Mal passen wollt An Projekten An neuen Sachen Weiteren Videos und sonstiges Abonniert gerne rein Kuss, kuss, kuss An alle die bis Äh Ich schätze es mal Es wird wahrscheinlich die 140. Folge sein Oder so Einfach Über 130 Folgen Marvel's Midnight Suns Alle dabei waren Kuss, kuss, kuss Ich hoffe es hat euch gefallen Und wir sehen uns Im nächsten Projekt Mal sehen was da noch so kommt Wir lassen uns mal alle überraschen Ne Macht es nicht gut Macht es besser Schreibt gerne mal rein Was ihr von dem Ende haltet Und äh Ich hoffe wir haben nichts verpasst Wir haben aber ein paar schöne Momente hier gesammelt Ein paar sehr schöne Momente Ein paar nette Momente Wieder sehr schön Gegrinst wurde viel Gelächelt Charlie hat sich auch immer gefreut Wieder ein schöner Moment Und Dann gab es noch Natürlich sehr schöne Momente Und Ja Steve der immer am schweben ist So Alles klar Haut rein Bis zum nächsten Projekt Tschüss